Hallo liebe 96-Fans, ich bin Jörg Sievers, Torwarttrainer von Hannover 96 und ich hoffe, wir haben alle gemeinsam eine tolle Saison. Direkt vor dem Spiel bin ich auf dem Platz, mache den Torhüter warm und hoffe, dass es am Ende 1-0 gibt. Einen freien Tag verbringe ich mit meiner Familie und schalte ab vom Fußball. Ich möchte gerne nach Mallorca, weil das ist mein Lieblingssendel. Bei einer leckeren Pizzasalami und einem April Spritz kann ich nicht Nein sagen. Ich bin ruhig ausgeglichen und versuche trotzdem Spaß zu haben.